Was geht ab, Boos? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Ranked, wir zocken Y im Jungle und sind jetzt immer noch in Silber 1, leider, leider. Ich habe lange Zeit kein Ranked mehr gezockt und ja, ganz schnell zum Team. Wir haben hier eine Jinx auf der Bot mit einer Ami, auf der Top haben wir Riven und in der Mitte Leblanc. Die haben hier Lee im Jungle, Kogma und Zillian auf der Bot, Timo auf der Top und Lulu in der Mitte. So, Concentration, lange nicht mehr Y gezockt. So, Dankeschön für die Helfer. Thanks. So, ich bin hier irgendwie außer Haus, ey. Ähm, zack. So. Ich würde sagen, Top wird schnell gegankt, da sie Timo haben. Timo ist... Warum die Timo spielen... Boah, Zillian, ey. Warum die Timo spielen hier... Äh, warum der Timo hier im Ranked spielt, weil er ein Trottel ist? Nee, Spaß. So, äh, aber er scheint hier irgendwie AFK zu sein, kann das sein? So, irgendwie ist er wirklich AFK, kann das sein? Nee, da ist er. So, wir machen hier noch den Geist und da gehen wir gegen. Ja, jetzt kann ich schlecht ganken, weil die Lane sehr hart gepusht ist. Komme. Komme. Ich brauche keinen Plan. Halt sie fest. ist ok erstes blut für nami passt auf ich komme ich komme ich komme holt ihn euch holt ihn euch ich komme gut job gut job verdammt 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 den hätte ich erwischen können das reicht vollkommen aus dann verziehe ich mich mal wieder in den jungle obwohl lulu hat kein flash so das hat sie nicht gesehen wir warten jetzt hier aber trotzdem kommt schon gut job gut gut job geht auch wir pumpen unsere q so schaffen wir noch die wölfe ich weiß nicht so ich komme als nächstes top was machen die jetzt so ich baue hier drauf ja ist bisschen komisch was heißt komisch nicht gewohnt was macht die denn ich gehe ja schon ich gehe ja schon komm 2 kids müssen es werden komm schon nein oh man das kann doch nicht sein komm wir pushen jetzt auch entgegen er hat aber teleport oder ja er teleport ok das macht uns nichts ja geh weg einfach weg 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 alter jetzt sagt mir nicht du wirst nein oder die wird jetzt nicht drauf gehen so irgendwo lieh komm gut job und da hat sie in blue oh man ohne what versucht er hier zu stehlen so ich gehe zum red buff 7 1 ok das heißt noch gar nichts das heißt wirklich noch nichts so können wir uns das leisten ja aber wir machen noch ein bisschen good job gut ist ein kill ist ein kill ist ein kill ist ein kill dib da hat ihr According da hat der da hat der hat oder aber eine andere die Nice guys, nice Scheint kein Problem zu sein Scheint Aber wir wissen Dass ich so ein Spiel auch ganz schnell In die falsche Richtung Wenden kann Nein Wo sind die Wehe hin Okay, weg, weg, weg Entkommt sie Entkommt sie, ich komme Musste sein, musste sein Ich komme Freunde So, jetzt können wir Ich hoffe es Ich habe nämlich keinen Smite Doch, jetzt habe ich Smite Good job Und holt euch den Lead So, ich muss raus Oh Mann Ist das ein Idiot Freunde, warum ignoriert ihr den Cock Warum ignorieren die den Ja, ist gelaufen Es ist Wirklich gelaufen Schaut euch das mal an Wie sieht es denn aus mit dem Gegner Ja, ich baue hier auf Das hier Wieder Pods mitnehmen Und ein Watch Gute Aufnahme Nice record For YouTube Ein bisschen langweilig vielleicht Aber Solche Spiele müssen ja auch mal sein Send Link After Wenn man immer solche Spiele hat In denen man verliert Okay, ich komme Ich komme Boah, die macht das War ja echt geil Die macht das Richtig nice Geh drauf Nein Oh Mann Die haben zu viel Slow Warum gehe ich da überhaupt rein Dieser Timo Der geht ja AD Ah ja Ah ja Ah ja Okay Wir bauen jetzt trotzdem mal die Boots aus Würde ich sagen Boah, das kann Kann So Wo ist Timo Kein Wort Ich gehe mal zum Red Buff Easy, oder? Der macht sogar die Nami Oh, aber jetzt soll sie aufpassen Freunde, nicht um den Kill streiten, oder? So So Wir junglen schön Wir junglen schön weiter Wir brauchen nämlich unsere 30 Monster Boah, schön von der Jinx Und schön von der Leblanc Ja Den holen die sich Den holen die sich Da muss ich nicht mit Denke ich Das schaffen die auch selber Anstatt dass der hier Schaut euch Anstatt dass der hier die ganze Zeit In meinem Jungle rumgammelt Soll er doch lieber in seinem Jungle hier farmen Das verstehe ich nicht Vom Lee Das ist doch Bullshit, was der macht Ganz ehrlich Jetzt hat sie keine Ahnung mehr Boah, dein Glück So, ich bin da Endlich Shit Nein Was war das denn? Oh mein Gott Das Okay, das war mein Fail Meine Finger wollten das Meine Finger wollten das Ähm Ich denke wir bauen mal Hier drauf Ey Verdammt ey Das wollte ich gar nicht Was da jetzt passiert ist Dreifach Tötung Leblanc Komisch ist, dass sie Platin ist Und in so Also Ich glaube die ist ein Premade Irgendwie von dem hier Oder sowas Weil Platin Spieler In der Silberdivision Ist ein bisschen komisch So Ich push die Top Lane Obwohl das Schwachsinn ist Boah Nein, schaffe ich nicht Hab ich doch gesagt Oh Mann Schaffe ich nicht Das war klar Ich habe noch kein Damage Bad Story Oh Mann ey Das kann doch nicht sein So Hol dir dein Blue Ich brauche meine sieben Monster Jetzt endlich Ey Ich darf mich nicht mehr so Ablenken lassen Die mache ich jetzt schnell Die mache ich jetzt schnell Nooo Good Job Jetzt würde ich aufpassen Warum haut der so ein Damage raus Das kann doch nicht sein Nein Meine Ulti Es kann doch nicht wahr sein Freunde Hol ihn dir Oh Mann Oh Mann Das kann doch nicht wahr sein Was machen wir denn Wenn wir das noch verlieren Dann weine ich Ernsthaft Jetzt fangen wir wieder an Scheiße zu bauen Und das ist genau das Das ist nicht gut Ich erledige das 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 Oh Mann Oh Mann Freunde Wir sollten jetzt echt mal anfangen Weg da Weg da Weg da Weg da So So kommt noch einer So Ich komme Ich hole mir mal den Blue Denk ich Wenn er da ist Ich kann nichts machen Ehrlich Ich kann nichts machen Das ist hier so ein Durcheinander Wenn ich jetzt rein wäre Wäre ich sowieso tot Oh Mann Tod Alter wie die den Feeden Das ist unglaublich Oder versau ihn Der Gegner hat einen Turm zerstört Manchmal muss man eben Verletzter Durchzusorgen Ey das war wirklich Wirklich Bad Und so werden wir verlieren Garantiert Den musst du doch locker schaffen Eigentlich Warum ist mein Geist Dick Jungs Ja Oh Ah Ah Ich mach doch Tanki, ey, ganz ruhig. Ähm, aber was bauen wir? Ich denke auch das hier. Das wäre hier auch nicht schlecht. Da noch hier leben ein bisschen. Und what the fuck soll das schon wieder? Die Machen Barren. Die Machen Barren. Kommt rein, 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 jetzt müssen alle uns gehören, jetzt müssen alle uns gehören, good job. So geht es, mein Gott, ey, war das dann so schwer, ich weiß nicht, ob das mit Y so eine gute Idee ist, vielleicht Warmox eher, hm, ich baue jetzt mal auf das. Ähm, ich kann nix kaufen, Bullshit, dann mach mal hier den Farm. Okay. Okay. So was können wir uns kaufen, naja, wir sammeln. Komm schon. Shit. Da kriegt mich der Silin. Ähm, wie viel kostet der Bullshit jetzt? Zwei? Zwei, okay, können wir uns kaufen. Nachdem die hier Dragon gemacht haben. Oh Mann, meine Stats sind jetzt da nicht mehr so gut, ganz ehrlich. so. Jetzt halt noch die Sache, Trinity. Gruppot. Ach, verdammt, was für ein Fail, ey. Okay. Ich muss noch ein bisschen farmen. Ich komme ja schon. Boah, Lulu. 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 Good job. Und jetzt, und jetzt Spot, äh, und jetzt Top. Top, 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 top. So. So. Meiner. Yes. Mach da weiter, Freunde. Freunde. Schon viel besser. Gefällt mir schon viel, viel besser. Freunde, mach doch den Inhibitor. So. 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 Good job. Und, finnichtest, oder? Stirb. Und sieh ihn auch. Doch nicht. Er soll halt überleben. GTO-Plague würde ich sagen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Embo. Peace out.